So meine Freunde, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video. Dankeschön für das Einschneiden, herzlich willkommen an alle. Hoffe, euch geht's soweit gut. Wünsche an dieser Stelle erstmal vorweg einen frohen ersten Advent. Ich merke langsam, dass ich in so einen Rhythmus oder in so ein Gefühl reinkomme von familiär. Und das ist mir auch jedes Jahr eigentlich wieder sehr, sehr wichtig. Dieses Jahr aber irgendwie umso mehr. Und ich hoffe alle, für alle und für uns einfach, dass wir dies auch dieses Jahr schön erleben können. Ja, Themen heute. Ich habe Post von meiner Krankenversicherung bekommen. Darüber werden wir mal sprechen. Es wird alles teurer, habe ich langsam das Gefühl. Wir werden über Thematik der Inflation ein bisschen sprechen. Und dementsprechend wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Hier für euch auch nochmal meine Empfehlung NordVPN. NordVPN ist ein virtuelles privates Netzwerk, was ihr euch auf dem Smartphone oder auch auf dem PC soweit installieren könnt. Und habt dadurch eine komplett andere IP-Adresse. Und seid zudem auch noch durch dieses private Tunnelnetzwerk deutlich besser geschützt. Und nicht mehr so einfach angreifbar im Netz. Und darum muss man sich heutzutage auf jeden Fall kümmern. Damit ihr euch besser vorstellen könnt, was man mit dem NordVPN machen kann. Man hat beispielsweise die Möglichkeit, hier beim Chrome-Browser oder auch bei anderen Browsern, sich kostenfrei dieses Add-on von NordVPN runterzuladen. Und ihr seht das, connected to Luxemburg. Das bedeutet, ich bin mit einem luxemburgerischen Server verbunden. Kann jetzt hier auf Disconnect gehen. Hier in der Auswahl habe ich zahlreiche Länder, die ich soweit auswählen kann, wo ich eine IP-Adresse herhaben möchte. Aus welchen Gründen auch immer. Und sage jetzt hier zum Beispiel mal Portugal. Ihr seht das, wir haben jetzt hier aktuell von Luxemburg noch eine 92 IP. Jetzt mache ich einen neuen Tab auf. Zack, aktualisieren. Dauert einen Moment. Und dann seht ihr hier drauf, bin ich mit einer neuen IP-Adresse in Portugal soweit verbunden. Befinde mich in dem virtuellen privaten Netzwerk und bin dadurch perfekt geschützt. Ja Freunde, in diesem Sinne, ich kann euch das Angebot von NordVPN nur empfehlen. Schaut es euch gerne im Detail mal an. Ich blende euch hier auch ein spezielles Angebot für meine Community ein. Gutschein-Code OLIVER einfach dafür benutzen. Und auf den Link unterhalb des Videos in der Infobox klicken. Und dann könnt ihr euch darüber nochmal ganz genau informieren. Dann ist das Ganze nämlich auch nochmal deutlich günstiger. Ja meine Freunde, in diesem Sinne, ich hoffe das Angebot gefällt euch von NordVPN. Schaut es euch mal an. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich blende euch an dieser Stelle auch nochmal hier ein fettes Angebot, das es gerade ganz aktuell gibt, ein. Da könnt ihr euch auf jeden Fall mal umgucken. Da bekommt ihr nämlich nochmal einen ganz großen Zeitraum soweit kostenfrei dazu. Und ihr bezahlt auch nur, wenn ihr den Gutschein-Code OLIVER benutzt, 3,15 Euro pro Monat. Finde ich, ist eine ganz geile Nummer. Dementsprechend machen wir jetzt weiter mit dem Video. Ja Freunde, erstes Thema ist jetzt darauf bezogen, dass meine private Krankenversicherung die Beiträge erhöht. Und wir haben in einem Livestream bereits darüber gesprochen. Die wird bei mir auf einen monatlichen Beitragserhöhung von ca. 10% auslaufen. Und mittlerweile kommt in der Presse so ein bisschen was dazu raus, dass nämlich auch bei Krankenversicherten, die, wie heißt das, gesetzlich versichert sind, also Angestellte sind ja meist gesetzlich versichert, privat versichert ist man in der Regel, wenn man denn selbstständig ist wie ich. Das wisst ihr von mir und dementsprechend gibt es hier Beitragsanpassungen. So heißt es hier bei mir in meinem Schreiben, eine Anpassungsnotwendigkeit gibt es in einigen Tarifen. Also warum kann man hier nicht so ehrlich sein und klipp und klar einfach reinschreiben, Anpassungsnotwendigkeit, Beitragserhöhung. Was anderes heißt das ja nicht. Und wenn man sich verschiedene Presseberichte anguckt, noch vor dem großen C, zum Beispiel hier in der Welt, ein Artikel aus dem Januar diesen Jahres, also ganz am Anfang, 12. Januar. Zitat, die leicht erhöhten Krankenkassenbeiträge 2020 waren erst der Anfang. Weiterhin, einige Krankenkassen haben gerade erst ihre Zusatzbeiträge angehoben. Jetzt drohen neue Ausgaben in Milliardenhöhe wegen neuer Gesetze und Demografie. Im kommenden Jahr dürfte es für alle Versicherten teurer werden. Ja natürlich, weil über die Jahre hinweg eine schlechte Misswirtschaft auch geführt wurde und weil teilweise Leute sich einer Krankenkasse bedienen, die dort selten bis noch nie eingezahlt haben, da kann das System ja gar nicht richtig funktionieren. Guckt mal drüben im Olli-Reddit-Kanal ist heute Morgen um 9 Uhr ein Video online gegangen von CDU-Experten, die sich auch über die Rente so weit geäußert haben und dass man das Rentenalter doch an die Lebenserwartung anpassen müsste. Das heißt, dass wir bestimmt bis 70 Jahren ungefähr arbeiten müssten. Das ist doch nur eine Symptombehandlung. Das ist eine Symptombehandlung, aber das ist ja nicht eine Ursachenbehandlung. Man müsste doch mal hingehen und das System grundlegend ändern, genau im Krankensystem wie auch im Rentensystem. Und ich sage das immer wieder, ich würde mich selber, wenn ich es nicht müsste in diesem Land, man ist ja verpflichtet dazu eine Krankenversicherung zu haben, das war ja im privaten Bereich vor, ich glaube in den 2007, 2007, 2009, irgendwann wurde das geändert, war es ja nicht verpflichtend krankenversichert zu sein. Und ich sage das für mich selbst, ich kenne meinen Körper gut genug, ich weiß was mit meinem Körper los ist und ich würde mich entscheiden, wenn ich es könnte, dass ich sage, ich würde mich nicht krankenversichern. Ganz einfach, ich weiß, how dare you, wie kann der sowas sagen? Das sagen dann viele an der Stelle, weil wir sind in Deutschland einfach so trainiert darauf, du brauchst eine Versicherung hier in der Haftlicht, dann brauchst du da eine Rechtsschutz, dann brauchst du da noch eine Versicherung, da noch eine Zusatzversicherung, Zahnzusatzversicherung, dann gibt es noch die Zusatzversicherung, Krankentagegeld und was es da alles gibt. Leute, man muss auch einfach mal ein bisschen leben und sein ganzes Geld nicht monatlich nur für Versicherungen raushauen. So, Tagesschau.de schreibt hier, Zitat, Techniker Krankenkasse, Zusatzbeiträge können drastisch steigen. Die Kosten der C-Krise belasten die Krankenversicherung. Die Techniker Krankenkasse warnt vor einer drastischen Erhöhung der Zusatzbeiträge und fordert ein Gegensteuern des Staates. Auch bei den privaten Kassen wird es wohl teurer. Kann ich bestätigen, korrekt. Aber dass es jetzt hier in der Presse so stark auf das große C geschoben wird, das ist nicht ganz richtig. Das mag damit zusammenhängen, keine Frage, aber das passt nicht komplett damit zusammen. Also ich finde es einfach nur krass. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es bei euch auch krankenversicherungstechnisch jetzt teurer wird, wie ihr das Ganze wahrnehmt. Warum ist unsere Bundesregierung nicht hingegangen und investiert und hat im Sommer, habe ich jetzt mehrfach schon gesagt, hat im Sommer in diese Krankensysteme hier investiert. Zum Beispiel, dass man auch Pflegekräfte besser bezahlt. Dass man diesen Irrsinn, hier gibt es ein interessantes Interview in der Tagesschau von der Chef der Techniker Krankenkasse, Jens Baas nennt er sich. Er sagt hier, Zitat, resultierend daraus, dass Ärzte als Umsatzbringer, Pflegekräfte jedoch oft eher als Kostenfaktor betrachtet werden. Das sei eine Fehlentwicklung in Richtung eines profitgetriebenen Krankenhausmanagements. Und da hat er natürlich komplett recht, weil das Krankenhäuser so geführt werden, dass sie wie ein Unternehmen agieren. Man muss gucken, man hat ein Produkt, das ist eine Gesundheitsleistung, dieses Produkt. Und das muss so schnell wie möglich abgehandelt und erledigt werden. Der Mensch muss gesund gemacht werden und danach wird er aus dem Krankenhaus entlassen. Und dann rechnet man ab, er war sieben Tage zum Beispiel drin, steht alles in der GOE, Gebührenordnung für Ärzte, wie das festgelegt ist, mit dem Faktor, das berechnet wird und und und. Aber das kann doch nicht sein, dass die Gesundheit darunter leidet oder und auch die Ärzte als Umsatzbringer gesehen werden und die Pflegekräfte irgendwo als Kostenfaktor. Weil nochmal, wir investieren in diesem Monat, November, 19,3 Milliarden Euro für den Lockdown light, L-E-I-D geschrieben. Im nächsten Monat soll es Entschädigungsleistungen von, ich glaube es waren circa 17 Milliarden Euro geben für Restaurants und Betroffene. Dieses Geld hätte man doch für solche sinnvollen Sachen viel eher einsetzen können, anstatt hier die Wirtschaft wieder komplett runterzufahren und da ganz große Probleme zu machen. Ich finde es einfach nur krass und das ist meiner Meinung nach ganz klar auch ein Weg in diese Richtung, wir haben eine Inflation, die kommend ist, weil sukzessive merken wir das ja, alles wird langsam teurer. Das ist bei Produkten nicht ganz so viel, ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, bei den anderen oder anderen Produkten, ich nehme mal ganz gerne die Milchschnitte, bei mir, da ist das ganz besonders aufgefallen zur Mehrwertsteuersenkung in diesem Jahr, das nämlich anfangs hier im billigen Supermarkt 1,99 Euro für so ein Zehnerpack Milchschnitten gekostet hat. Komischerweise, kurz bevor die Mehrwertsteuer gesenkt wurde, wurde das erhöht auf 2,19 Euro oder 2,29 Euro. Dann gingen die 3% runter und dann war das ein ganz krummer Betrag, 2,15 Euro, 2,16 Euro, 2,25 Euro, was weiß ich, 3% runter. Aber vorher hat man es schön erhöht, das ist doch eine Frechheit. Oder auch bei anderen Produkten, wo man es gar nicht mehr so gut überschauen kann einfach, wegen dieser manche sind dann gesenkt 3% und dann hier und da blickst du nicht mehr durch. Und dann merkt man einfach, ja, es hat mal vorher irgendwie 1,99 Euro gekostet, jetzt kostet das irgendwie 2,07 Euro, 2,13 Euro. Ganz krumme Beträge. Ein paar Cent sind es hier und da teurer geworden. Achtet mal im Supermarkt drauf. Schreibt mal ein paar Beispiele gerne unten rein. Gesundheitsleistungen, die wir jetzt angesprochen haben. Krankenkasse, die teurer wird nächstes Jahr. Nächstes Jahr CO2-Steuer ist auch ein Thema, was viele Leute richtig finanziell, richtig massiv belasten wird. Weitere Kosten, die es gibt, zum Beispiel beim Arzt. Man muss eine Hygieneleistung bezahlen, Extraleistung, damit der Arzt seine Masken bezahlen kann. Bezahlt mir jemand die Masken, die ich in der Öffentlichkeit dann tragen muss? Ist mir nicht bekannt, die bekomme ich nicht bezahlt, die muss ich von meinem Geld bezahlen. Nur mal nebenbei gesagt. Oder auch, dass man Dienstleistungen generell viel, viel teurer geworden sind über die letzten Monate hinweg. So zum Beispiel Friseur. Der Friseur legt die Kosten für seine Mehrkosten, legt er auf den Kunden um. Genau das, was wir vor Monaten schon prophezeit haben. Genauso merkt man es auch, wenn denn mal auf ist, zum Beispiel eine Massage oder sonst was, medizinische Massagen, sowas ist ja zur Zeit geöffnet. Ist auch teurer geworden. Natürlich. Die Leute können das ja, also die Anbieter davon, nicht komplett selber tragen. Aber es muss doch offen darüber gesprochen und auch diskutiert werden, was hier gerade passiert, dass wir dadurch deutliche Mehrkosten monatlich haben. Und dass viele Leute darunter richtig massiv leiden werden, das sollte doch jedem bewusst sein. Also der Mittelschicht, habe ich das Gefühl, bin ich fest von überzeugt, geht es immer schlechter. Und ich sehe auch nicht nur diese Schere zwischen Arm und Reich, einfach nur Arm oder hier unten ist Arm und da oben ist Reich und Mittelschicht, die bröckelt langsam weg. Sondern ich sehe hier ganz oben Superreich, die das alles nicht interessiert. Die kaufen sich Häuser, die kaufen sich Wohnungen, haben monatlichen Top-Cashflow, die bezahlen kaum Steuern, weil sie perfekte Steuerberater einstellen und so weiter. Darunter gibt es Leute, die verdienen sehr gut, denen geht es gut, aber denen geht es nicht so gut, dass sie sich eine Top-Wohnung, ein Superhaus oder sonst was leisten können. Dann gibt es erstmal lange, lange gar nichts und dann kommt die einfache Bevölkerung, die Standardbevölkerung, ohne das abwertend oder böse zu meinen, die wirklich jeden Euro schon zwei, dreimal umreden müssen. Und darunter kommen die wirklich armen, die richtig armen Schlucker, sorry für meine Wortwahl, denen es richtig dreckig geht in dem Land. Und das kann nicht sein, dass wir eine solche Diskepranz hier zwischen einfach haben. Oder was meint ihr dazu? Schreibt es mal rein. Herr Freunde, in diesem Sinne, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und ich hoffe, das Video hat gefallen. Wenn dem so ist, gerne einen Daumen hoch dafür. Abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid und schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten. Ciao.